Hi, heute will ich euch nochmal Kindle Unlimited schmackhaft machen. Kindle Unlimited ist ja ein Abo-Modell von Amazon für E-Books und Zeitschriften und Hörbücher und definitiv meine meistgenutzte Quelle für Büchernachschub. Noch vor Audible und vor Script und ich will euch das jetzt nochmal in Erinnerung rufen und kurz umreißen, für wen sich das lohnt. Es hat sich außerdem ein bisschen was getan bei Kindle Unlimited, was so die Eckdaten angeht. Ich habe vor über zwei Jahren das letzte Mal ein Video zu KU gemacht. Das verlinke ich euch total gerne mal oben in der Ecke. Vor allem schaut euch das an, weil ich dort zeige, wie man Hörbücher findet, die in Kindle Unlimited enthalten sind. Das erkläre ich euch jetzt hier nicht nochmal, sondern verweise euch einfach auf mein letztes Kindle Unlimited Video. Das Video heute ist also so ein bisschen aufgeteilt. Am Anfang ein paar Eckdaten, Updates rund um das Abo-Modell Kindle Unlimited und dann habe ich wieder weitere konkrete Buchempfehlungen von Büchern, die in Kindle Unlimited enthalten sind, auf Deutsch und auf Englisch und aus sehr unterschiedlichen Genres. Also ich hoffe, dass für jeden was dabei ist. KU kostet 11,75 Euro regulär im Monat und ist auch monatlich kündbar. Es gibt aber immer wieder Angebote. Ich mache das auch so, wenn ich ein paar Titel angesammelt habe, die ich bei Kindle Unlimited lesen will, dann schließe ich das Abo ab, lese so vor mich hin, bis alles leer gelesen ist und dann kann ich immer wieder auch einfach kündigen. Das ist dann praktisch pausieren und wenn mir dann ein Angebot über den Weg läuft, schließe ich es halt wieder ab. Grundsätzlich ist Kindle Unlimited also ein Abo-Modell. Ja, man leitet die Titel also nur aus, egal ob jetzt E-Books, Zeitschriften oder Hörbücher und ihr könnt immer 20 Titel gleichzeitig ausleihen. Wenn ihr die dann fertig gelesen habt oder einen anderen Titel doch auch noch ausleihen wollt, dann müsst ihr erst einen der Titel zurückgeben und habt dann wieder so einen freien Platz. Aber ihr könnt unbegrenzt lesen. Ihr könnt im Grunde dreimal die 20 Titel voll machen und fertig lesen oder viermal oder fünfmal, je nachdem wie euer Lesetempo halt ist. Wichtig ist, nicht alle E-Books, die man bei Amazon kaufen kann, sind in Kindle Unlimited enthalten. Ihr erkennt das an diesem Kindle Unlimited Symbol. Wenn das neben einem E-Book erscheint, ist es in Kindle Unlimited enthalten und praktisch für diejenigen, die das Abo abgeschlossen haben, umsonst. Diese Auswahl an Titeln, die in Kindle Unlimited enthalten sind, heißt zum Beispiel auch, dass nicht alle Genres gleich gut vertreten sind. Da muss man sich ein bisschen einfuchsen und auf das eigene Leseverhalten ein bisschen reflektieren, ob Kindle Unlimited tatsächlich für den eigenen Lesegeschmack etwas bietet. Es gibt Genre, die sind sehr gut vertreten und Genre, die sind nicht so gut vertreten. Und ob ein Buch in Kindle Unlimited enthalten ist, kann sich auch ändern. Also ich schreibe immer in meinen Videos in die Videobeschreibung alle Bücher, über die ich in einem Video spreche. Und ich schreibe dann immer auch dazu, ob sie zu dem Zeitpunkt des Videos in Kindle Unlimited enthalten sind. Also guckt gerne immer wieder in meine Videobeschreibung. Da ist dann vermerkt, ob das ein KU-Titel ist, aber halt nur zu dem Zeitpunkt. In meinen Augen macht Kindle Unlimited vor allen Dingen für Menschen Sinn, die gerne digital lesen. Klar, weil es ist ein digitales Abo. Für Menschen, die mittel viel bis viel lesen, das ist eine einfache Rechnung. Ihr könnt hochrechnen, wie viele E-Books ungefähr ihr pro Monat lesen könntet oder tatsächlich tut. Und dann einen durchschnittlichen E-Book-Preis hochrechnen auf die 11,75 Euro. Oder je nachdem, wenn ihr ein Angebot erwischt habt, natürlich weniger. Und dann lässt sich das leicht bestimmen, ob man den Abo-Preis schnell wieder rauskriegt. Bei mir ist das so, ich lese mindestens vier, fünf Titel pro Monat bei Kindle Unlimited. Und damit bin ich locker schon bei dem Monatspreis. Und KU macht nochmal verstärkt Sinn für Menschen, die gerne auch auf Englisch lesen. Ja, es sind auch Titel in allen anderen Sprachen enthalten, aber Englisch ist da sehr dominant. Das war es im Grunde an Updates rund um Kindle Unlimited, was sich so in den letzten zwei Jahren auch noch verändert hat. Wenn ihr ein bisschen genauer wissen wollt, wie Kindle Unlimited sich gut benutzen lässt, dann würde ich euch nochmal auf mein letztes KU-Video verweisen. Jetzt geht es zu konkreten Buchempfehlungen. Und auch hier, ich weiß, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, würde ich euch nochmal auf mein letztes Kindle Unlimited-Video verweisen. Dort habe ich auch konkrete Buchempfehlungen. Die wiederhole ich hier jetzt nicht nochmal. Die habe ich ja in dem Video schon wärmstens empfohlen. Außerdem interessiert mich, was ihr zuletzt bei Kindle Unlimited vielleicht gelesen habt und auch, ob ihr das empfehlen könnt. Dann wächst unten in der Kommentare die Empfehlungsliste noch weiter. Und jetzt geht es weiter mit konkreten Empfehlungen. Wenn ihr jetzt gerade auf der Suche nach Kindle Unlimited-Empfehlungen seid, dann habe ich so einiges für euch. Ich werde euch jetzt nicht für jeden Titel ausführlich beschreiben, was mir daran gut gefallen hat. Also keine Rezensionen. Alle Titel, die ich euch nenne, sind mindestens empfehlenswert. Mit einer Ausnahme und mit der starten wir jetzt. Science Fiction ist relativ gut vertreten bei Kindle Unlimited und das ist ein Genre-Bereich, in dem ich mich definitiv mehr umgucken will. Ich hatte dann zu Vakuum von Philip Peterson gegriffen. Die Ausgangslage ist ein altbekanntes Strythmus da, nämlich eine gefährliche Bedrohung aus dem All, die mit einer Kettenreaktion das komplette Universum zerstören könnte und verschiedene Figuren dagegen ankämpfen müssen. Ich habe es relativ zügig abgebrochen. Ich würde mal sagen, nach einem Viertel, weil die inneren Monologe eines der Protagonisten gänzlich unerträglich waren. Das war so ein Dude-Bro, der irgendwie sich für den Allergrößten hält und in seinen Gedanken dann auch dementsprechend über Mitmenschen spricht und über sich selber spricht. Und ich hatte keine Lust, mich weiter in seinen Gedanken aufzuhalten. Für mich war es nichts, hat mich aber nicht davon abgehalten, künftig im Science Fiction-Bereich auf Kindle Unlimited ein bisschen wachsam zu sein. Weiter geht es mit einer Empfehlung aus dem Fantasy-Bereich, und zwar Vier Farben der Magie von V.I. Schwab. Das wird relativ gehypt und zwar auch schon seit vielen Jahren. Wir haben hier den Protagonisten Kel, der eine Seltenheit ist. Er kann nämlich zwischen verschiedenen Welten hin und her reisen. Und auf der einen Seite ist er Botschafter des Königs. Er führt aber auch ein Doppelleben. Er ist nämlich auch Schmuggler. Als Bezahlung bekommt er dann eines Tages ein magisches Artefakt und sein Leben gerät dadurch ziemlich in Gefahr. Zusammen mit der Diebin Delilah muss er einen gefährlichen Weg bestreiten und gerät in ein Abenteuer voller Magie und auch politischer Intrigen. Das Konzept, also das Ausgangskonzept dieser Weltenreise ist mir in sehr lebendiger Erinnerung geblieben, weil der Kel unterschiedliche Versionen von London wie einen umgekrempelten Mantel anziehen kann. Also mal auf der Seite, mal auf der Seite. Das war eine total einfallsreiche Ausgangslage. Ansonsten habe ich nicht wirklich wache Erinnerungen an diese Geschichte, weiß aber, dass ich sie guten Gewissens empfehlen kann. Das ist eine Trilogie. Band 1 ist als E-Book in Kindle Unlimited enthalten, ebenso das Hörbuch. Also so zum Reinschnuppern, wenn einen die Trilogie sowieso interessiert, ist der Auftakt-Band in K.U. enthalten. Eine absolute Empfehlung ist die Dina-Reihe von Ilona Andrews. Hüterin des Tores ist Band 1. Und das ist eine abgeschlossene Trilogie. Die ersten drei Bände erzählen also eine gemeinsame Geschichte. Und dann gibt es noch einen vierten Band, den man aber getrennt lesen kann, beziehungsweise man kann nach drei Bänden aufhören und danach dann, wenn man möchte, noch den vierten. Alle vier Bände sind aber sowohl als E-Books, als auch als Hörbücher in Kindle Unlimited enthalten. Und ich liebe das Autoren-Duo Ilona Andrews sowieso. Wenn ihr deren Bücher einfach mal ausprobieren wollt, ist die Dina-Reihe jetzt natürlich die beste Gelegenheit. Protagonistin ist Dina, die eine charmante Frühstückspension leitet. Da hört es aber nicht auf, denn sie selber hat magische Fähigkeiten und auch das Haus der Pension hat so einiges Magisches zu bieten. Dann bedroht ein gefährlicher Dämon die Stadt, in der die Pension steht. Und Dina sieht sich einem übermächtigen Gegner gegenüber. An ihrer Seite stehen allerdings zum Beispiel Vampirsoldat Arland und Werwolf Sean. Jetzt vielleicht mal eine etwas durchgeknallte Empfehlung. Und zwar die Matchmaker-Reihe von Regine Abel. Ganz klassische Romance-Ausgangslage, nämlich zwischen Alien-Männern und Menschenfrauen, die arrangierte Zweckehen eingehen. In Band 1, den ich übrigens höchst unterhaltsam fand, ist die Protagonistin Susan, die die dritte Tochter einer Bauernfamilie ist und sich auch nicht wirklich eine Mitgift leisten kann und deswegen einer ziemlich düsteren Zukunft entgegenschaut. Sie hat dann keine andere Wahl, als sich auf eine Verkupplungsagentur einzulassen. Und die vermitteln ihr einen Ehemann, der eine Echse, ein Echsenmann ist. Ganz anders als Susan ist er Jäger und kann mit dieser ruhigen, etwas schüchternen Frau anfangs nicht wirklich viel anfangen. Die Frage ist, ob sie das Land ihres Mannes und das Schicksal des gesamten Clans retten kann. Am Ende des Videos habe ich auch noch ein paar Titel, die auf meiner eigenen Kindle Unlimited Wunschliste stehen. Die sind dann auch wieder auf Deutsch. Ich würde euch trotzdem jetzt gerne zwischenschieben. Einige Empfehlungen, die es nur auf Englisch gibt. Fangen wir an mit der Nina Knight-Reihe von Yasmin Ango, die komplette Trilogies als E-Books in Kindle Unlimited enthalten und die ersten beiden Bände auch als Hörbücher. Der erste Band ist übrigens auch schon ins Deutsche übersetzt worden. Der Titel ist Echo der Gewalt, aber der ist halt nicht in Kindle Unlimited verfügbar. Nina Knight wurde als junges Mädchen aus ihrer ghanaischen Heimat entführt und musste Schlimmes erdulden. Langsam hat sie sich danach aber zu einer spitzen Attentäterin hochgearbeitet. Sie bekommt dann den Auftrag, in Miami einen Bundesstaatsanwalt zu eliminieren, ist dann aber total schockiert, als sich in dessen Nähe der Mann aufhält, der damals für den Untergang ihres Dorfes verantwortlich war. Die Gelegenheit zur Rache ist natürlich verlockend und Nina muss sich gleichzeitig aber auch den Geistern ihrer Vergangenheit stellen. Extrem brutal übrigens. Überhaupt nicht brutal ist die Midsie Moon-Reihe von Trixie Silvertail, eine grandiose Genre-Mix-Reihe. Hier geht's um Midsie Moon, die ist so Anfang 20 und war eigentlich davon ausgegangen, dass sie keine Familie mehr hat. Sie und ihre Mutter waren immer alleine, die Mutter ist mittlerweile ums Leben gekommen und Midsie hat sich allein durchs Leben geschlagen, bis sie die Nachricht bekommt, dass ihre unbekannte Großmutter nun auch leider verstorben ist, ihr aber ein enormes Vermögen vererbt hat. Sie zieht dann kurzerhand in die Kleinstadt Pincherry Harbor, wo ihre Großmutter gelebt hat, um dort auch ihr Erbe anzutreten und wird natürlich sofort neben einer Leiche erwischt. Verzweifelt bemüht, muss Midsie ihre Unschuld beweisen und sich dabei auf Hilfe aus dem Jenseits verlassen. Die ganze Reihe ist super kurzweilig und eine sehr gemütliche Mischung aus übernatürlichem Kleinstadt-Charme und Krimi. Die Lights on the Sea von Michael Rayner war für mich auch ein ganz besonderes Leseerlebnis. Das ist sowohl als E-Book als auch als Hörbuch in Kindland Limited enthalten. Und das Schlagwort ist magischer Realismus. Also in der Geschichte kommen durchaus wundersame Seltsamkeiten vor, die die Geschichte aber nicht weiter erklärt, sondern das ist einfach so. In einem kleinen Haus am Rand einer Klippe leben Mary Rose und Harold Grapes. Die sind ein pensioniertes Ehepaar, die sich in dieses Haus zurückgezogen haben und nicht wirklich glücklich sind, weil sie den Tod ihres Sohnes vor 35 Jahren immer noch nicht verarbeitet haben. Das Haus muss allerdings dann zwangsgeräumt werden und am Abend vor ihrem Auszug gibt es einen heftigen Sturm, der dieses Haus samt Bewohner einfach entwurzelt. Das Haus stürzt dann die Klippe runter und treibt auf den Wellen einfach davon. Oh und ganz was anderes ist die Tea Dragon Society von Kay O'Neill. Das sind drei Graphic Novels. Es bietet sich also an, die am Tablet oder sogar am Laptop, vielleicht sogar am Handy zu lesen. Auf einem E-Reader machen sich die Bilder vermutlich nicht besonders gut. Alle drei Bände sind in Kay O'Neill enthalten. Wir treffen hier am Anfang Greta, die Schmiedin werden will und auf dem Markt einen verloren gegangenen Teedrachen entdeckt. Sie bringt ihn dann zu den Teeladenbesitzern Eric und Ezekiel und lernt von denen auf ganz wundersame Art und Weise die Kunst der Teedrachenpflege. Bei Eric und Ezekiel lernt sie dann auch noch deren Ziehtochter Minette kennen und erfährt so nach und nach, wie diese Kunst der Drachenpflege deren Leben bereichert und natürlich irgendwann dann auch Gretas Leben selbst. Total süß, aber auch generationenübergreifend zeitlos. Jetzt habe ich ein paar Autoren, die fast alle ihre Bücher immer über Kindle Unlimited verfügbar machen und mehrere Titel haben, die ich empfehlen kann. Fangen wir mal an mit Tal Bauer. Der schreibt großartige Liebesgeschichten zwischen Männern. Egal ob schwule oder auch bisexuelle Repräsentation. Meine Favoriten sind You and Me, da verlieben sich zwei alleinerziehende Väter ineinander, deren Söhne zusammen an der High School Football spielen. Und total empfehlenswert finde ich auch noch The Rest of the Story und Gravity. In den beiden Geschichten geht es jeweils um ein Eishockey-Spielerpaar. Ich liebe, dass der immer eine langsame, glaubwürdige Annäherung schreibt. Seine Geschichten sind immer sehr sehnsuchtsvoll und auch kommunikationsstark und sehr, sehr erwachsen. Ein Klassiker unter den Kindle Unlimited Autorinnen ist Mariana Zapata, die ich innig liebe, weil alle ihre Liebesgeschichten absolute Slowburns sind. In absteigender Reihenfolge, mein absoluter Favorit ist The Wall of Winnipeg and Me. Das gibt es auch schon auf Deutsch und zwar entweder der gleiche Titel, also die Neuauflage heißt auch The Wall of Winnipeg and Me auf Deutsch. Früher hieß das mal mit dem Herz durch die Wand. Mein zweiter Favorit ist Wait for Me, grandios. Und glaube ich auch ihr längstes Buch mit fast 900 Seiten oder so, aber es lohnt sich. Kulti, da geht es um eine Fußballspielerin und ihren Trainer. Dann From Luke of with Love, das wird übrigens aktuell ins Deutsche übersetzt. Da geht es um ein Eiskunstlaufpaar. Luna and the Lie finde ich auch noch richtig gut. Und was fehlt mir jetzt noch? Dear Erin, das sind meine Favoriten von der Autorin und zwar jetzt so in absteigender Reihenfolge. Aber allesamt habe ich mit mindestens vier Sternen von fünf bewertet. Ähnlich bekloppt wie die Matchmaker-Reihe von Regine Abel sind alle Bücher von Ruby Dixon. Die ist die Königin der Alien-Romances. Auch hier sind immer Liebesgeschichten zwischen Menschenfrauen und Alien-Männern. Ich verlinke euch mal oben in der Ecke mein Video, was ich zu den gesamten Werken der Autorin gemacht habe. Die Ice Planet Barbarian-Reihe ist natürlich ihr bekanntestes Werk. Ich finde allerdings zum Beispiel die Ristiverse-Reihe viel besser. Es gibt auch noch eine, wo es Drachengestaltwandler gibt. Und dann noch ein paar andere Reihen, zum Beispiel mit so Space Piraten. Alle lassen sich wirklich enorm gut wegsnacken. Und die Ristiverse-Reihe ist eben mein Favorit. Wenn ihr ein bisschen mehr Orientierung zu den Büchern von Ruby Dixon braucht, dann würde ich euch auf mein Video zu der Autorin verweisen. So, Daphne Perry ist auch eine Romance-Autorin, die nahezu alle ihre Bücher über Kindle Unlimited verfügbar macht. Mein Favorit von ihr ist The Birthday List, wo eine Witwe namens Poppy so langsam anfängt, die Trauer um ihren Mann hinter sich zu lassen und sich dabei mit dem Polizisten Cole zusammentut. Außerdem schreibt Daphne Perry nahezu immer Kleinstadt-Romances, die im Bundesstaat Montana spielen. Stellvertretend würde ich jetzt mal hier die Jameson Valley-Reihe nennen. An der wird nämlich sehr gut sichtbar, was die Autorin gut kann. Nämlich auf der einen Seite Kleinstadt-Charme in ihren Companion-Reihen. Also in jedem Band steht ein anderes Paar im Fokus. Aber es gibt immer auch ein leichtes Spannungselement, was dann zum Höhepunkt der Geschichte beiträgt. Und das verbindet Daphne Perry großartig. Zum Beispiel in der Jameson Valley-Reihe und in der The Edens-Reihe habe ich auch schon einige Bände gelesen und kann auch die total gut empfehlen. So, und bevor wir jetzt an meine eigene KU-Wunschliste gehen, habe ich noch eine letzte Autorin, von der ich wirklich jedes Mal, wenn was Neues erscheint, das schnell zeitnah zum Erscheinungstermin lese. Und das ist Cassie Mint. Die schreibt Kurzgeschichten aus dem Romance-Bereich. Und zwar schon sehr, sehr leicht verdaulich. Die haben nicht viel Tiefe. Aber ich habe ja eine relativ niedrige Toleranzgrenze so gegen Augenroll-Romances. Cassie Mint macht das überraschend wenig. Also ja, das sind super klischeehafte Kurzgeschichten und da ist nicht viel zwischen den Zeilen rauslesbar, sondern das ist einfach, ja, wie gesagt, wie so ein Mauernbonbon. Dreimal kauen und ist es weg. Und natürlich pappsüß. Meine Lieblingsreihe von ihr ist die Mail-Order-Mountain-Reihe. So, und jetzt habe ich noch einige Titel, die ich mir aktuell selbst ausgeliehen habe bei Kindle Unlimited. Zum einen ist das, vergiss mal nicht, von Kerstin Gier. Das ist ja eine total populäre Autorin. Und gerade dieses Buch hat es in der letzten Zeit auf diverse Bestsellerlisten geschafft. Und ich glaube, der Nachfolger auch schon. Ich habe jetzt erst mal Band 1 auf meiner Leseliste. Hier geht es um Quinn und Mathilda, die aus wirklich sehr unterschiedlichen Lebensverhältnissen kommen und auch deswegen nicht wirklich viel miteinander zu tun haben, bis Quinn eines Tages von einem gefährlichen Wesen verfolgt und dann auch schwer verletzt wird. Zuflucht findet er überraschenderweise bei Mathilda und die beiden stürzen sich in ein magisches Abenteuer. Dann habe ich noch der Mordclub von Shaftsbury von Emily Winston auf meiner Liste. Bisher sind zwei Bände in dieser Reihe erschienen. Band 1 ist als Kindle Unlimited E-Book erhältlich, genauso wie das Hörbuch. Und ja, definitiv schlägt das Buch in eine Kerbe, in dem sich auch andere relativ erfolgreiche Titel im Moment tummeln, zum Beispiel der Donnerstags-Mordclub. Also solche cozy Krimi-Reihen. Hier geht es um Penelope, die London verlassen hat, um auf dem Land eine Matchmaker-Agentur aufzumachen. Also verkuppeln eigentlich. Doch ihr Neustart gestaltet sich durchaus schwieriger, als sie so angenommen hatte. Und sie wird dann auch Zeugin eines vermeintlichen Unfalls, vermutet aber viel mehr dahinter. Gemeinsam mit dem Tierarzt Sam und den Bewohnern des Ortes stößt sie auf ein gefährliches, düsteres Geheimnis, das durchaus noch mehr Tote fordern könnte. Die Mortal Engines-Reihe von Philip Reeve hat vier Bände und die ersten beiden sind dann über Kindle Unlimited lesbar. Das Buch ist, oder die, ja, ich glaube das erste Buch, nicht die ganze Reihe, aber das erste Buch ist von der Beine ja auch verfilmt worden. Ziemlich erfolglos, ehrlich gesagt. Aber ich habe diese Bilder aus dem Trailer so unglaublich beeindruckend im Kopf. Das ist nämlich eine dystopische, futuristische Reihe, in der Städte auf Reifen, auf Rädern sich bewegen. Und zwar durch eine zerstörte Welt rasen und sich gegenseitig verschlingen, um an die Ressourcen der verschlungenen Stadt zu kommen. Ich finde die Idee so großartig, dass ich unbedingt demnächst dann zu Band 1 greifen werde, über Kindle Unlimited. Ganz was anderes ist Drei Tage im August von Anne Stern. Setting ist hier Berlin im August 1936. Elfie, die Protagonistin, spürt, dass etwas Gefährliches in dieser Luft liegt und zwar ja in der Zwischenkriegszeit. Trost findet sie allerdings in einer kleinen Schokolaterie, wo sie Köstlichkeiten aus Schokolade, Marzipan und Nougat zaubert. Als sie das Geheimnis einer besonderen Praline und einer verbotenen Liebe aufdeckt, steht sie vor einer schwerwiegenden Entscheidung, wird sie ihren eigenen Sehnsüchten folgen können. Also ein historischer Einzelband, der vermutlich, so klingt es für mich, ein sehr starkes Setting mit sich bringt. Und zum Schluss nochmal Spannung. Was wir verschweigen von Arthur Tuominnen ist der Auftakt seiner River Delta-Reihe, wo es um einen finnischen Ermittler geht. Und zwar Band 1 ist in Kindle Unlimited enthalten, es sind aber auch schon weitere Bände in dieser Reihe erschienen. In Pori in Finnland geschieht an einem stürmischen Herbsttag ein ziemlich brutaler Mord in einem abgelegenen Holzhaus. Die Lösung des Falls ist aber viel zu offensichtlich und für unseren Ermittler Yari entpuppt sich dieser Fall als absoluter Albtraum. Der Hauptverdächtige ist nämlich niemand anderes als sein bester Freund aus Jugendtagen. So, das war's. Ich habe euch also kurz nochmal umrissen, was die Eckdaten von Kindle Unlimited sind, würde euch für noch mehr Details nochmal auf mein letztes KU-Video verweisen und habe euch dann eine ganze Liste an Empfehlungen geliefert, die aktuell in Kindle Unlimited enthalten sind und die ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Jetzt bin ich total gespannt, was ihr für Titel auf Kindle Unlimited empfehlen könnt. Schreibt die gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020